Unverzeihliche Fehler in demokratischen Wahlergebnissen müssen neuerdings rückgängig gemacht werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, der einst sagte der ehemalige DDR- und Parteichef Walter Ulbricht, es muss alles ganz demokratisch aussehen, aber wir müssen alles fest in der Hand haben. Doch all jene, die glauben, die Zeiten Ulbrichts und seiner DDR-Diktatur seien längst vorüber, sehen sich dieser Tage leider getäuscht. Niemand hat für möglich gehalten, dass Merkels System so umfassend und so radikal alle Masken fallen lässt. Mittlerweile ist ganz Deutschland zurück im realen Sozialismus. Wir, die AfD, werden vom ZDF mit der Endstation Buchenwald assoziiert. Das ist wirklich ungeheuerlich. Und ohne auch nur den geringsten Anschein von Scham bedienen sich die Mainstream-Medien und nicht nur die, der Opfer der Nazi-Verbrechen, um uns zu diskreditieren. Es ist einfach nur widerwärtig. Wie tief kann man überhaupt sinken? Wo der Geist nicht blitzt, da donnert die Stimme. Ihnen sind die Argumente ausgegangen. Was war überhaupt geschehen? Da wurde ein Kandidat der Mitte in einem demokratischen Wahlverfahren gewählt und in einem ersten Reflex von Bürgerlichkeit gratulierten Mitglieder bürgerlicher Parteien – Wolfgang Kubicki, Dorothee Bär, Alexander Mitsch und auch Christian Lindner. So, wie sich das auch gehört und den parlamentarischen Gepflogenheiten entspricht. Doch plötzlich hatten wohl die Falschen den Richtigen gewählt. Wir erinnern uns, die Linken hatten vorgesorgt. Sogar ein Haushalt war schon beschlossen. Eine betriebsblinde Polit-Elite, die sich nur noch auf das verlässt, was medial als Mehrheitsmeinung suggeriert wird, wollte die Demokratie schlicht aussitzen. Eine Mehrheit hatten sie aber nicht. Ein Blick auf das Wahlergebnis hätte gereicht. Thüringen hat Rot-Rot-Grün abgewählt. In allen Alterskohorten, diesseits von Ü60, ist die AfD sogar stärkste Partei. Thüringen wollte alles, aber ganz gewiss kein Weiter-so. Als die Wahl zwischen einem Linksaußen und einem rechtskonservativen Ministerpräsidenten lag, wählten CDU und FDP einen Kandidaten der Mitte. Wem das so nicht passt, der offenbart insbesondere, dass er das Linksextreme offenbar der Mitte vorzieht. Ginge es nach dem Willen dieser lupenreinen Demokraten, gäbe es nun zwei Kategorien von Wählerstimmen. Nämlich jene, die zählen und andere, die nicht zählen. Nicht zählen dürfen. Was wird da eigentlich für ein Signal an die Wähler gesandt? Wählen dürft ihr noch. Auch eure Steuern wollen wir selbstverständlich. Aber eure Meinung weicht vom Mainstream ab und ist deshalb moralisch schlecht. Eure Stimmen sind unverzeihlich und müssen rückgängig gemacht werden. Dafür ist man auch bereit, das Recht zu beugen und die Demokratie mit Füßen zu treten. Aus angeblich moralischen Gründen wird die Gesinnung über die Verantwortung gestellt. Aber wenn die Kanzlerin gerade in der Stimmung ist, Fehler, also ihr Votum zu korrigieren und das Ergebnis wieder rückgängig zu machen, sollten wir sie vielleicht ermuntern, auf diesem Wege doch mal fortzufahren. Gibt es da vielleicht noch das eine oder andere Ergebnis merkelscher Politik, das wieder rückgängig gemacht werden könnte oder vielleicht sogar unbedingt sollte? Eine entsprechende Liste wäre wahrlich sehr lang. Von illegaler Euro-Rettung über desaströse Energiewende bis zur vollkommen verfehlten Zuwanderung und und und. Die Liste nimmt gar kein Ende. Mit ihrem tabubrechenden Satz ist Angela Merkel ein Fall für den Verfassungsschutz geworden. Mit ihrem alternativlosen Linksruck gibt die CDU den Anspruch auf eine konservative Politik nun komplett auf, weil diese Politik in unserem Lande nämlich nur noch mit uns, mit der AfD, möglich ist. Deswegen sollen nun, auf Kanzlerinnenbefehl, die Richtigen den Falschen wählen. Die CDU soll als bürgerliche Partei dazu gezwungen werden, nur noch links von sich um Mehrheiten zu werben, den Landeschef der Mauermörderpartei ins Amt zu heben und mit Hilfe von den immer noch 17.000 Stasi-Mitarbeitern in den öffentlichen Verwaltungen ein drittes Gesellschaftsexperiment auf deutschem Boden zu wagen. Das, meine Damen und Herren, ist der eigentliche Tabubruch in diesem Land. 5. 6. 7. Vielen Dank.